ich bin ich habe jetzt gesichtscam gemacht mal was neues und wir haben jetzt heute ein gast unser gast ist king lp ali sein nachname heißt nur ali der heißt darius und die glaubt wir werden mal spielen wir machen mal mit google habe ich auch okay okay zu lassen zu lassen zu lassen das kennen wir alle jetzt will ich voll guck um das erste mal das somit gesichtscam mache verbindung münzen gewinnt schon das voll krass von euch weil ich habe das zweite video von standoff hat irgendwas mit 149 aufrufe danke für euch für diese setzungen so ja wir machen schon mal so und wie machen wir das jetzt scheiße okay erst mal ich spiele mit 50 okay im seitlichen und ja perfekt okay wir machen jetzt mal probespiel sie fangen jetzt mal an dualisieren okay einzelspieler können wir auch hier spielen 200 die viel geld haben wir versuch mal okay na klar wenn stufe zu stufe wird das schwerer das müssen wir ein bisschen leise machen okay sie fängt an ladies first na scheiße okay gut ich will die vollen haben spiel 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 der geht nicht 100 pro aber vielleicht kann er doch schon gehen mach doch die mich verarschen ihre zeit soll zu ende gehen bitte 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 bis sie dir etwas zu tun ja dankeschön okay wir haben die vollen scheiße dann machen wir hier den da scheiße bestimmt faulspiel ja 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 was macht die was macht die ah die ist rausgegangen ja ich hab gefahren ich glaube ich habe die hinzu und dachte naja das macht so spaß wenn die leute einfach so vom spiel rausgehen ja schließen so läuft es ab gibt gibt damit an okay wie soll man damit angeheben wie soll ich damit angeheben zurückdrücken ok man muss zurückdrücken ja dann kannst du eben leider nicht spielen jetzt gehen wir mal auf 1000 kaufen ok die werden uns auch einen neuen kühl kaufen ja 1000 euro so im islam ist so eigentlich so gewinnspiel verboten zum glück ist das kein echtes geld er wird ja schneller dann werde schon drin jetzt machen ich hatte den kühl auch mal ich habe das jetzt von neu installiert ich hatte mal früher auch das spiel ich habe das in österreich gespielt scheiße runter scheiß drauf hauptsache da geht einer rein auf was wäre der reingegangen Faultspiel eine Brille blendet bisschen so ok die werden jetzt reinkriegen einfach YOLO 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 hilft nie dann sag ich euch mal sag ich euch mal ein V-Spiel wo kann ich einen ran machen wartet ok den kann ich nicht wartet sorry weil ich muss hier den Ball einstellen ja gesagt die Kugel ich konnte grad nicht die Ecke sehen wegen der Kamera so ist nämlich mal ein Nachteil der Kühl den der hat ist voll billig ich denke jetzt nicht oh man er ist King gleichstand ok der Nächsten wird den Schrein schaffen ich werde auf 20 Euro was habe ich euch gesagt ich glaube ich mache zu viel YOLO ich denke ich mache es einfach ok jetzt können wir nochmal ja schätze auf hauptsache wir machen kein V der wird bestimmt den unteren roten nehmen ja er war faul so ein Opfer ich würde den direkt daneben tun und da sieht man dass manche Leute einfach keine Arme haben das war ein Wichser komm schon man kann scheiße ah der will den da reinkriegen ist ja auch immer noch bescheuert der geht nicht rein ich werde auf 20 Euro ich weiß nicht ob die Dario spielen meine Gast und so abonniert ihn auch die Werbung muss sein ich kläre jetzt gleich mit denen ab und seine Zeit ist vorbei deswegen kommt der King Boom Taktik nennt man sowas Taktik Scheiße Faulspiel Scheiße ich denke ich bestimmt Opfer was für ein Hohen Arztleute ich stelle diese äh dieses Cam unten rechts weil oben das stört mich bisschen ja jetzt mach doch doch wie gesagt er ist scheiße ich muss jetzt aufpassen dass ich mit meinen Fingern nicht über diese Cam gehe ja scheiße was für ein Arschloch ja komm der muss reingehen ja wir schaffen das und jetzt machen wir den roten rein ok was muss brauche ich zu haja Leute er hat es nicht geschafft ich muss euch ganz kleinen Cut machen weil ich musste Zimmer wechseln. Ihr habt es gesehen. Wir hatten Besuch. Das war meine Mutter. Komm schon, der schafft es. Und geschafft. Scheiße. Ich kann mein Gesicht jucken gerade voll hier. Komm, wir schaffen das. Bobby und Moby mobben deine Mutter gerne. Komm schon, der muss reingehen. Scheiße, der geht denen nicht rein. Ich habe es euch gesagt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fick deine Mutter, du Jude. Sorry für den Ausdruck, aber ich mag keine Juden. Wenn einer von meinen Fans Juden ist, dann deabonnier mich. Das muss einfach sein, weil ich mag eben keine Juden. Ich habe auch meine Gründe. Boom. Digga. Kamera verschieben, weil ich nichts sehen kann. Und der wird reingehen. Scheiße, der ging nicht rein. Ey, ne, Mann. Dieses kleine Opferjunge, der schafft das ganze Zeit. Rett nicht mal fit, weil der so schlecht ist wie seine Mutter. Ich hoffe, das wird nicht gesperrt. Komm schon. Jetzt mach doch. Du bist kein Mathematiker. Du bist kein Mathematiker. Ich hoffe, wie hohl muss man sein? Er ist zu viel als Obama. Okay, ich mag Obama. Nicht. So, keiner denkt, ich bin ja auch noch Rassist oder so, ne? Ich habe jetzt nichts gegen Dunkelhäutige. Oder ich habe auch nichts gegen Christen. Aber ich habe eben was gegen Juden. Ah, und gegen Amerikaner. Nicht gegen Amerikaner, sondern gegen Amerika selber. Gewinnen das Spiel, um den Preis zu holen. Ja, ich weiß. Ja. Scheiße, das... Hä? Scheiße, hä? Wo ist mein Kühl? Ja, na klar. Ja, na klar. Ja, er ist jetzt... Äh, Digga. Äh. Wie soll ich das da reinschaffen? Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Ja, na klar. Weh, der geht rein. Ja, ja, genau so schießen. Du, das ist perfekt. So verblödet Das muss man doch nicht sein. Zu verblödet sind die Eltern in den Nachtsiegern. Okay. Ich entscheide mich für dieses Loch. Kann man falsch verstehen. Darius, äh, Darius, ich will auch gegen, mit 1000. Ich habe zu wenig Ansprung genommen. Was ist das? Ich heiße nur Drive King Adi. Ich bin gerade nebeneinander so richtig Opfer. Amateur. Let's go, let's go, let's go. Oh, du schaffst das nicht. Ich weiß, wie dumm muss das sein? Er braucht eine Brille, Mann. Er braucht einfach ne Brille. Du brauchst eine Brille, Mann. Du brauchst eine Brille. Ich habe eine Brille. Vollbehinderte, ich stecke es in dieses Loch. Mit Ehre. Boom, gewonnen. Jetzt gehören mir 1000 Euro mir. Du gewinnst. Na klar gewinn, ich blöde Frage. Ey, Darius, als ich am Anfang gespielt habe, habe ich einfach mal hat die andere Gegnerin aufgegeben bei 500. Oder war es 200, 200? Ja, teilen. Ich will, die wollen, dass ich angebe. Ja, 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 ja. Ja, keine Ahnung. Gehen teilen. Keine Ahnung, ich habe einfach was gedrückt. Ich habe keinen Bock auf die. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für ein, was für Spiele ich spielen soll. Wie viel? 1000 habe ich. Okay. 1000, wie viel? 4. Scheiße, ich muss ab und zu das legen. Sorry, Leute. Ich muss, ich ändere es ganz halt. Ich kaufe mir mal so ein bisschen so cool rüber zu wirken. Mal das, ja. Wir wollen, dass ich jeden scheiß teile. und jetzt kriege ich Okay, leck mich am Sack. Jetzt spielen wir mal mit 5000. Gleich kaufen. Scheiße. mit Freunden spielen. Darius, unterbricht das, wir spielen zusammen, okay? Das war für mich mein Geil. Oh. Freundin. Darius, wie heißt du auf YouTube? Keine Peri. Nein, aber ich meine E-Mail. E-Mail? Ja, E-Mail. Sag mir, was ich meine E-Mail habe. Warte. Nee, wegen Freundschaft spiel. Nein, nein, das ist meine E-Mail. Ich mache das wie heißt du in dem Spiel. Keine Ahnung, wo steht das? Ich heiße King and I-P. Ich weiß nicht, wo ich King and I-P heiße, aber ich heiße King and I-P. Okay, warte, dann. Frage steht. King. Nicht, dann kannst du die Tür zumachen. K ist groß geschrieben und L-K ist alt bis alt. Also K, also groß ist K, K, Abstand, groß ist L-P. Okay, ich habe King and I-P. Freunde, Herausforderung. Wir machen mal 1000. 1000. Okay, jetzt zerficken wir mal den. Ja, na klar, er fängt an. Das war so schlimm. Das war so schlimm. Ich habe schon mit einer reingebracht. Das, wo, weil du den Anfang macht das? Heißt nicht, dass du rasierst. Äh, Digga, äh, das ist so blöd. Aber scheiß auf, ich sag gar nichts. Ich hab's gesagt, er ist blöd. Oh, 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 oh. Nein, gehen. Der ist nicht billig. Wie viel hat deiner gekostet? Deiner sieht scheiß so aus. Der hat 1000 gekostet. Ja, ich weiß, ich wollte es lang geben. Deins ist voll hässlich. Das haben voll viele. Das ist voll billig, deins. Ja, ja, es hat billig, ein bisschen. Guck mal, in diesem Spiel geht uns, um sein Dildo zu zeigen. Wird es nicht. Es war nur ein Wort. Scheiß drauf. Jetzt habt ihr, wisst ihr Bescheid? Jetzt dürft ihr nicht mehr so pervers reden. Ich glaub, ich darf nicht mehr. Ja, genau. Ah, da ist mehr nach links. Mehr nach links. Geh rein, ein halber, soll rein. Hab ich die halbe oder die vollen? Ah, die vollen. Der Fisch, der hat so Glück. Aber jetzt hat der grad voll die Arschkarte. Ah, nein, doch nicht. Scheiße. Da ist kein Glück, dass du muss cremmen. Ja, Darius, ja, rät du es dir so ein. Du bist auch schön. Darius ist dein fucking Ernst. Was machst du? Das ist super schwierig. Ich gehe rein. Oh, fast wäre der voller reingegangen. Aber danke, Darius, ne? Vielen Dank. für die Scheiße. Ich hatte diese Kanten. Zum Anzeige eines Profiles anzetten. Das ist unbedingt schon anzetten. Bitte, bitte, bitte. Die Hü... Äh, deine Mut. Nein, bitte, ich guck Kante. Woher meine Kante? Einfach mal, YOLO, ich hab YOLO gemacht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ey, dein fucking Ernst. Aber ist egal, ich bin ja immer noch dran. Boah. Boah. Darius, du bist grad piep in dein Piep, gepiept. Boah. Darius, das nennt man Purskönnen. Nimm dir mal ein Beispiel. Echt? Du wirst auch sehen. Mach dir keine Sorgen. Boah. Nein, Darius, auch wer der schneller, der wird nicht reingehen. Und boom, Darius, ich hab so Glück. Das laber ich mit Glück. Ich kann es halt. Da, den, den kann ich, der geht nicht rein. Ach doch, weil ich hasse diese Kanten. Okay, willst du den jetzt da reinmachen? Darius sagt niemals nie. Nein! Okay, wenn ich niemals nie sagen soll, dann sagst du dann nie. Ich sagte, sag niemals nie. Ich hab nicht gesagt, dass ich das nicht sagen soll. Und jetzt gewinnt er. Wenn nicht, dann bist du so ein großes Opfer, Darius. Oh nee, ich muss den so, ich muss den da reinmachen, ne? Welchen hast du ausgesucht? Den. Baby, den. Ah, mein Opfer. Nein, du hast gewonnen. Hey, warum hab ich gewonnen? Nein. Ah, du hast ein falsches Loch? Falsches Loch. Hey, ich hab's gerade gewöhnt. Ist das dein Ernst? Ich weiß, wie das geht. Ich muss auf die Wand drücken. Da stand nirgends vor der Wand. Na klar. Können wir 5.000 was hier? Jetzt kann ich nicht mehr zocken, weil ich nur 25 Pecons oder so. Kacke. Du bist eben schlichter. Das war's. vielleicht muss ich selber noch gehen. Ich zock dich so ab. Darüber scheiß ich mich rein, Mann. Komm zurück. Das sind Zigeuner, ne? Boom, Digga. Der geht nicht. Komm schon, komm schon. Jetzt hast du die vollen oder die halben? Du hast die halben. Ja, dankeschön, Darius. Scheiße, Akku ist fast leer. Warte, wie lange geht die Aufnahme? Darius, die Aufnahme geht 23 Minuten. Äh, Leute, wir müssen, äh, Schluss machen. Ich hab gewonnen. Ne? Ich muss leider Schluss machen. Ciao, würde ich mal sagen. Ciao. 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 Vielen Dank.